Jojo, was geht? Alles, was ist hier am Start? Und willkommen zu, ähm... eine Folge Wait mit dem Zickzack-Fall. Ich hatte gerade ein kleines Skype-Problem, deswegen, ähm... mach ich gleich einen Kampf, wenn wir Schwerter haben und, ähm... dann ist er auch mit im Gespräch. Der wird auf die harte Tour! Äh! Äh! Es lebt's! So, da sind wir wieder mit dem Zickzack-Fall jetzt endlich. Skype hat geklappt. Äh, hast du das Wetter? Oder machst du das Pickaxe? Ams. Wir brauchen... boah, äh, wir brauchen Essen, ne? Ich hab mal Reibes, ja. Hier ist Stein. Lass dich mal töten. Was? Ich schütze ich jetzt, okay. Was legt man? Was legt man? Was legt man? was legt man? Ich schütze ich jetzt mal runter. So, das sind wir, da? Diesmal mit dem Zickzack-Fall. Aber... dem Bruder... wo es geht gleich los? Was geht jetzt los? Was geht jetzt los? Äh... Ich hoffe, das ist schon wieder in diesem Map, wo es keine Bäume gibt. Wir gehen in die Mitte, ne? Weil es gibt ja keine Bäume. Weil es gibt ja keine Bäume. Das ist schlimm. Ich hab einen Start voll. Äh, scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich hab ne Rose. Äh, ich hab Lederhelm. Und einen Stick. Äh, nicht sprinten am besten. Äh, ich meine, ähm, nicht springen. Doch, um dich erstmal einzuhalten. Gibt's hier Bäume? Gibt's hier Bäume? Boah, das ist ein Schwert, ne? Das ist sick. Wo gibt's denn hier Bäume? Äh, da vorne gibt's Bäume. Gut. Äh, davon ist es hier. Oh nein, nein. Ich kann nicht verschwinden. Äh, lass nicht, oder? Dahins liegen. Nö. Äh, nö. Äh, nö. Ah, da, da, da. Einfach eiskalt gestillt. Der hat so richtig viel Holz. Kohle, 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 Ga, hier, junge flesh. Nö. Höhe 36, Höhe 36, Höhe 35, Höhe 34, Höhe, Höhe 33, Höhe 32. Höhe, 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 Höhe. ich habe ja und Diamant ich habe das nicht geändert ich bin so dumm ich bin so ein Mongo ein Mensch abbauen und jemand ist glaube ich über mir das ist scheiße ich bin rausgeflogen worden ich komme nicht mehr auf den server vielleicht wurde ich ja gebannt das bleibt einfach zu krass also ich gehe jetzt da hin und dann rock ist das ja ich habe ein Dior Schwert ich bin ein Boss Mann, du hattest fünf Jamanten noch in deinen Tagen das regt auch schon auf ja oh egal ist das passiert was kann ich schon mit drei jetzt noch machen was soll ich mit einer Dior Axt machen Axt oder Pig-Axt Pick-Axt ich brauche mal ein Pick-Axt mhm brauche ich gar nicht irgendwas damit anpassen wie selber war? nein Schamte haben wir äh Minecraft spielen 3 auf der Melon? ja äh Schottkamp 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 1 doch mhm zack wenn man in der 1.7.9 ist, nicht drauf, obwohl da steht Crafting Bucket 1.7.9. Soll ich mir jetzt noch Goldäpfel machen, oder soll ich jetzt einfach Falken gegen gehen? Störb einfach. Okay. Okay, ich mach jetzt gerade einfach Full Iron Instant. Ich mach jetzt noch ein Bucket zum KFC. Und dann geh ich drauf. Ohne Bogen, ohne alles. Ich denk mir einfach so nix dabei. Ja, ich mach's gar nicht. Okay, bin Full Iron jetzt. Geiles Kits. Was denn? Das mit... Auf meinen Server? Ja. Bist du drauf? Ja. Geht jetzt bitte alle Zuschauer von mir, bitte gehen jetzt auf meinen Server. Wir können ruhig drauf spielen. Der Server ist wirklich recht gut. Ja, das ist wirklich so von mir, ne? Also... Es muss... Es kann ja nur gut sein. Es gibt auch so PvP, aber ihr seid ja da sind eh alle Noobs. Ähm, gerade. Nein, also... Ähm... Ich... Du weißt ja gar nicht mal, wie gut die sind hier. Ich lesen doch manchmal besser da draußen als du hier. Ja, auf gar keinen Fall. Du mit deinem Auto-Klicker hier. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, ähm, von mir. Link ist in der Beschreibung. Ach, muss schon wieder einen Link reinmachen, ey. Ähm, ne, okay. Ähm, da hab ich ja gegen ihn dann gefeitet. Und... Er hatte einfach mal, nach... Nach der Aufnahme hab ich dann erfahren, so... Ähm, dass er einfach... Autoclicker hatte drin. Da dachte ich mich so... Hä? Wieso... Das stimmt einfach nicht. Und ich hatte manchmal auch gesuppt im Kampf. Obwohl... No, super. Deswegen... Das ist unverreicht. Komm jetzt auf deinen Server. Leu, was hab ich für'n Skin? Der ist so voll verbackt. Oh, Leu. Ich weiß gar nicht mal, wo die... Ich hab' mein Komplett-Besies angespuckt, ne? Scheiße. Äh, ich weiß... Da, okay, da ist es worden. Jetzt wird's eher ernst. Jetzt wird's eher ernst. Wenn ich das Texture-Pack von Schmocky, äh, reinmache, dann hab ich einen Schmocky-Skin. Wenn ich das Texture-Pack von Basti anmache, hab ich einen Steve-Skin. Ja. Gesundheit. Danke. Er hat einen Bogen. Bow Spam Action. Wenn du wüsstest, was ich hier machen würde. Ah, er zieht nicht. Nur wenn er einen Bogen hat, ey. Bist du tot? Er hat einen Bogen halt. Ich nicht. Er hat auch Lava-Eimer. Den muss ich mir jetzt holen. Ja, okay. Ah, er hat einen Bogen. Ich nicht. Das war scheiße. Da sehen wir uns gleich auf meinen Server. Aber, ähm, so, da sind wir wieder. Ähm, das Video wird ein bisschen langer werden, ey. Warum bin ich nur Null? Äh, weiß nicht. Mach ich noch die Aufnahme, okay? Warte, ich muss erst mal regenerieren. Ja, genau. Ich hab, ich hab voll wenig Herzen. Ich hab ein halbes. Du doof. Du doof. Ja, genau. Aber gibt's jetzt auch ein übelste Kombo hier. Wie einfach Autoklicker wieder drinnen. Jetzt hat sie ja voll fläfen. Ja, yippie. Komm mal bitte auf diesen tollen Server hier. Ich glaub, deine Community ist nur aus Noobs. Wenn ihr nicht aus Noobs besteht, dann kommt auf diesen Server. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr schlecht seid, bitte nicht. Und wenn ihr keinen Bock auf Suppen habt, auch nicht. Ja, komm. Ey, das war unfair. Ich hab, ich hab mich nicht mal angegriffen. Ich wollte nur die Dame achipsen. Ich hab statt 131, mein Schwert war ganz. Ich hab statt 131, 23, wegen Autoklicker. Ja, mach mal dann. Oh, scheiße, Autoklicker mal raus hier. Okay. Ich hab den Kampf mit fünf Herzen angefangen. Ich bin in die Super-Arena gegangen. Kannst du denn in die Super-Arena kommen? Ey, kommt so mal zu mir hier. In welche? In Arena 2. In Arena 2. Bist du falsch? Arena 2, sup. Ah, ich bin grad mit einem Text-Effekt unterwegs. Das ist mein Facebook-Edit. Werd doch ge-edit. Also, es wird, es wird, es wird anders. Ja, das hat man ja bei dem Diamanterz gesehen. Ja, okay, das war ein bisschen Fail. Ihr habt sie eben auch gesehen. Oh, schuldigung. Das ist, ich, ich, ich denk mir grad so, wie, hä, wieso stirbst du nicht, ne? Ja, Autoklicker hier, ne? Nein, das ist kein Autoklicker. Nee, gar nicht. Ich weiß doch. Ähm, ich hab nicht bemerkt, dass wir grad, äh, links in den Suche und, hab grad halt gedacht, hä, wieso, ähm, wie sagst du so viel Leben, ne? Irgendwann musst du noch mal sterben, ne? Und dann hab ich erst die Suppe bemerkt. Ich bin so dumm. Guck mal, Range hier. Nee. Das ist skill. Nein. Ich bin scheiße. Ah, Suppe. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Ich bin schon. Ich bin scheiße. Aber ich habe auch gedacht, dass mich gewohnt ist, dass jemand einen Lachstatt kommt rein. Verleckt. Ja, mal tidig. Wie viel Suppen hast du noch? Mach! Ja, was mach ich denn? Ich bin grad richtig langsam hier. Okay, go. Da ist kein Autoklicker grad. Hä, wie Autoklicker? Ich hör keinen Autoklicker. Bei Autoklicker würde ich halt durchgegend hier schlagen. Ich glaub ihr hört auch meine Maus sogar. Okay, ich mach jetzt kein Autoklicker mehr, das ist scheiße. Wie? Ich mach keinen Autoklicker mehr, das ist scheiße. Hast du gerade die ganze Zeit Autoklicker gemacht? Natürlich! Und der verliert einfach gegen mich. Ja genau, Hex. Nice, Hex, genau! Ich hab Autoklicker hier drin, okay? Das sieht man ja hier die ganze Zeit hier. Nein! Man kann Autoklicker an und aus machen. Ich muss meinen Suppen machen. Ich weiß aber, ich schnacke ja nicht die ganze Zeit. Nein, man kann das so machen. Guck, das Autoklicker hab ich jetzt an und aus. Ich weiß aber, man kann es ja nicht während der ganze Zeit umschalten, ne? Doch, das ist an meiner Maus. Boah, aber ich hab ja keinen Autoklicker. Nein. Nein. Oh, boah. Wie glätten? Ach man, das ist mit dem Duft im Hunger. Muss ich mal einen Pris suchen. Nein! 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 Zups! 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 Ja genau. Leute, ein Kombo ohne Autoklicker. Alter! Ja, Autoklicker halt hier, ne? Ich hab keinen Autoklicker drin. Ich möchte noch sagen, weil ich... Als ob mein Helm kaputt ist. Neul, deine Schuhe auch. Okay, du bist doch eben gestorben nur zweimal. Und darum hab ich ja einen Schandacht bekommen. Nee! Ich guck mir aus. Oh, ich hab da Schuhe! Nimm die! Digga! Chill! Och man, man muss immer hier Pris suchen. Bittige Scheiße! Ist da irgendwo ne Suppe? Nein! Äh! Scheiße! Er gönnt sich erstmal her. Ich kenn... Ich heil mich auf! Oh! 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 So, das ist einer der neuen Maps hier. Ähm, und zwar FFA-Soup, ähm, Jungle. Äh, die findest... Die findest... Ja... Die findest... Ja... Die findest... Lieblings-FSL-Map. Natürlich! Natürlich! Äh! Ich hab noch einen Kampf und dann beendet das Video, weil ich muss da hochraden und rennen und wer guckt... Mir ist scheißegal. Ihr spielt... Mir ist es scheißegal. Ich spiele ja trotzdem weiter mit ihr. Ich weiß! Hihihi! Komm! Äh, ja! Komm rüber! Komm! Komm! Ja! 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 Oben ist scheiße! Komm runter! Bitte! Komm doch hoch! Nein, aber das ist langweiliges Video. Weil dann schubst du jetzt mal runter. Stell... Ähm, stellst du mir bitte hier drunter? Stomper! Stomper! Bringt gar nichts! Ups! Ja! Latt Autoklicker wieder an! Hab ich nicht! Nein! Gar nicht! Warum sagst du mich auf Autoklicker an? Das merkt man schon daran, dass ich... Da ich... Ähm... Ja, genau. Hä? Was war das denn jetzt? Ich hatte ja nicht mal Autoklicker an, also... Ja, okay. Ich glaub dir. In einer gewissen Weise. Soll ich Autoklicker anmachen? Dann siehst du mir den Unterschied. Nein! Scheiße. Komm! So, ich mach jetzt an, dann bemerkst du den Unterschied. Ja! Ich bekomm überhaupt keine Hits. So! Und ohne Autoklicker ist das halt anders. Ja, okay. Mit Autoklicker gibst du mir die Kompo, ohne geb ich dir die Kompo. Ne? Ne? Was? Ne? Was ist? Das ist Autoklicker schon wieder an? Dein Ernst? Alter, mach Autoklicker aus! Nein! Nein! Du, 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 du. – Bis an Besterbogen, und dann ... Ich mach' ich dann schwen' das Video. Ok, ich mach' jetzt ohne Autoklicker den Final Kampf. Ja, genau. Bis ich einmal sterbe, solange muss ich das Video also, solange hast du noch schlankst, nicht so viel. Okay. So, ich... Ich bin aber böse dann, weil die wollen ja bestimmt nicht, dass ich das Video beende. Na doch, komm. Nein, die wollen doch das Video weitergucken. Es ist wie das... Jetzt will ich das Video weitergucken. Was? Komm runter, mach's da... Oh, gut, du bist nach unten. Alter. Mach halt Augenklicke an! Hab ich nicht. Natürlich. Ich glaube, du hast Schiss, dass du auf... als du einfach gebannt wirst. Oh, mein Gott. Ja, nice. Okay, der hat's doch keinen Arztlich an. Alter, sonst hab ich dich gerade halt jetzt killen, ne? Du musst schon auch mal killen jetzt. Das Video geht schon viel zu lange. Okay, da reinkaufen, dann machst du schon wieder beenden, das Video. Das wird zu lange, auf jeden Fall. Nein! Wieso hab ich das nur gebaut? Ich hab's... Und du liest einfach komplett in dein Headset, oder so. So. So, so. Stomper. Nein! Und ohne Autoklicke. Bis einer von uns stirbt, okay? So, so lange mach ich das Video. Nein! Okay, dann wird's beendet, das Video. Das hab ich natürlich extra gemacht. Ciao! Wenn jetzt... Wenn das... Ich kann nicht reden. Wenn euch das Video gefallen hat, das ist ne... Nein! TP mich zu mir, wir müssen ein krasses Ende machen. Okay. Ich bin nämlich... Okay, jetzt machen wir hier... Ich bin nämlich... Nehmen wir hier die Suppen und dann machen wir die Lava-Challenge. Okay, da war die redig und dann mach einfach den Schuss. 321 so und ich hoffe das video hat euch gefallen wenn er dann das auf jeden fall ich hoffe wir könnten mal alle zusammen auf dem sowas hier spielen also wenn ihr mal drauf kommen würdet ich habe das gefühl ich glaube auch keiner ist drauf gekommen oder ich glaube ich traue sich alle nicht ich hoffe es hat euch gefallen bitte kommen auf den server link ist natürlich in der video beschreiben wenn ihr mit dem skypen wollt das gelben aber ist auch in der video beschreibung dann sehen wir uns im nächsten video haut rein bis dann ciao